Hi, ich bin Ida und willkommen bei Stichpunkt TV. 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline. High Heels oder Sneakers? Sneakers. Dein Lieblingsessen? Äh, Reispfanne. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Dass ich mal kurze Zeit geraucht habe. Morgens im Bad brauche ich? 20 Minuten. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Musik. Facebook oder Instagram? Instagram. Lieber für immer taub oder stumm? Scheiße, äh, stumm. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Äh, alles was mit RTL 2 zu tun hat. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Taff. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Nachts. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Ähm, Mojito. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Donald Trump. Mit wem würdest du dich niemals bedrinken wollen? Putin. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Ähm, Wasser. Stilles Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Äh, Wildcat Store. Ida, ja, hallo. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wann. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Piercings. Was hast du als letztes geklaut? Äh, ein Becher.